Alter, hast du dieses Scheiß gehuptet, ja. Alter, wer hupt'n hier? Ah, ich krieg'n Anfall. Mach dir Scheiß, danke. Kackhupe, Alter. Ohne witzig, lass' ich's abschleppen. Kackhupe, Alter. Ohne witzig, lass' ich's abschleppen. Das ist ein Name, den wir mal ganz am Anfang der Reihe hatten, aber ich den schon wieder vergessen habe. Das heißt, es hat sich nichts geändert. Was sich aber geändert hat, ist das Jahr, in dem es wieder hochgeladen wird, denn wir haben jetzt 2016. In dem Sinne nochmal frohes neues Jahr von mir, dem Racer. Lass mal was heißen, weil... Nee, egal, so. Ich bin wieder verwirrt. Was ist das für eine geile Karre? Nice, erst mal rufen. So. Äh, wir haben Officer Needs Help. Nehmen wir an. Und ich hab' jetzt hier nochmal ein paar Mods installiert. Unter anderem, was wir jetzt berechtigt, zu Banküberfällen anzutreten. Wir wurden nämlich befördert über Silvester. Oh, du... Hallo? Das ist ja nicht hier so. Das haben wir hier unten. Wurde nämlich befördert, das heißt... Und ich hab' auch ein paar Grafikmods drin, ne? So wie immer. Was ist denn der Eumel? Ach, der ist jetzt nicht ernsthaft unten, oder? Äh. Jetzt hab' ich auch noch ein Licht kaputt gefahren. Weißt du, ja, schlimmer kann's auch niemand kommen. Aber wenn der unten ist... Dann, äh, Moment. Warte mal, wo ist denn der? Toll, ich seh's nicht, weil ich die Karte gemoddet hab. Jetzt ist der wieder oben. Ne, Moment, der ist nicht unten. Oh. Pfff. Scheiße. Wo ist denn der? Ist der auf dem Dach hier, oder was? Ne, der ist schon hier. Ach, da ist er doch. Oh Gott, du bist ein bisschen leid. Hallo. Nehmen Sie bitte die Hände hoch. Hallo. Und Sie haben sogar eine Waffe. Nehmen Sie bitte mal die Waffe... Hallo, die Waffe weg. Die Waffe weg. Die Waffe weg. Die Waffe weg. Ey. Ach. Boah, hat so du verfehlt. Dann beende ich aber einen Callout. Aber, dich nehm ich jetzt schon auch mit, weil... Die Waffe... Aber das ist ein bisschen buggy, glaub ich. Toll. Die Mod Bug, das tun wir alles hier in dem Spiel. Egal, wir dürfen die Karte reparieren. Das war voll negativ, jetzt nur ja starten. Äh, und somit... Äh, nehmen wir nur einen Einsatz an. Ja, äh, Traffic is not backup required. Nehmen wir an. Ah. Nicht. Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir Silvester. Gut gefeiert. Ferien. Gut genossen. Wobei sie ja noch laufen. Ich so... Ah. Generell nicht so krass nach links. Also von dem her, alles beim Alten. Nur, dass das Jahr 2015 ein bisschen arg schnell vorbeiging, meiner Meinung nach. Also irgendwie... Es kommt mir so vor. Wenn ich kein... Wenn ich jetzt kein Kalender hätte, würde ich jetzt sagen, wir hätten jetzt ungefähr August oder so. Irgendwie sowas. Aber nicht 2016. Oh Gott, wo bin ich jetzt hier lang gefahren? Von dem ist Traffic Backup. Oh, ihr habt auch drüber. Okay. So, wir fahren mal in Code 2. Code 2 can do. Ne, wissen wir doch. Guck mal da. Ja. Pock up and make contract with the officer. Na dann. Wir sind da. Was... Fahren Sie bitte weiter. Hallo. So. Oh. Verfolgung. 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 Wir rufen. Wir rufen aus. Muss man was lauter machen, ey. Ich will nicht gar nicht ins Spiel rein. So wie der Loki Patrol. Der steht da vorne. Was ist denn das für einer? Der hier? Oh Gott. Aufpassen. Bleiben Sie stehen. Fahren Sie jetzt ran. Fahren Sie ran. Das ist doch nicht. Ah, nicht crashen. Okay, jetzt haben wir ihn, glaube ich. Moment, ich frage noch von vorne zu. Ja, wir haben ihn. Ja, die haben wir. Nein, 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 nein. Ich nehme sie fest, damit ich auch mitnehmen kann. Auf den Boden. Auf den Boden. So, wir arresten und holen gleich einen Prison-Transporter. So. So. So, und hier für einen Toad-Truck. So, dass wir die Karre auch abschleppen können. Achso, und durchsucht habe ich jetzt auch noch. Ach, der Typ da. Von Nothing of Interest. Wir gucken nach hinten. Können wir mich jetzt auch Autos durchsuchen. Ah, sieht ein bisschen buggy aus. Nichts. Ich glaube, dass sie nicht mal was in ihrem Auto drin hatte. Nee, sieht das nur noch aus. Nee. Okay, passt. So, die ist abtransportiert. Ja, beruhigt euch. Ich frage ja schon mal eine Karre um. So, und blau Licht aus. Wir dürfen einmal reparieren. Hi. Voll unfreundlich. Hi. So. Fahren Sie bitte. Egal, ich frage es noch mal vor. So. Possible Intrax. Ja, nehmen wir mal an. Sponcode 2, das heißt so. Fahren Sie so zum Einsatzort. Ist ja eh gleich um die Ecke. Wir haben rot, aber wir sind Polizei, wir dürfen das. Speed of X an. Ja, okay, ist an. Nur mal checken. Oh. Okay, wir haben hier einen Verletzten. Wir brauchen dringend Paramedics. 390 in, äh, Little Soul. Units. Respondcode 2. Oh. Scheiße, ich möchte eigentlich wiederbeleben. Steuerung U ist doch wiederbeleben, oder? Ah, nee. Na ja, da bleibt es nicht anders rüber, als ein Corona zu holen. Und vielleicht ein Toadshack für den Heli, wenn das überhaupt geht. Wahrscheinlich geht das sogar noch. Oh Gott, das ist ein bisschen blöd, dass ich das mit Geh auch die Sachen durchsuche. Ich muss das mal ändern in der Config. So, komm. Ah, Corona ist da. Und wir machen uns auch bitte mal die Tür vom Leichenwagen, äh, vom Gerichtsmediziner Auto hier zu, ja? So. Also fahren Sie bitte nicht so nah ran. Okay. So. So, hätten wir auch mal den Einsatz geklärt. Ich glaube, unsere Karre ist nicht mal kaputt gegangen. Nee, zum Glück nicht. Finde ich gut. Ah. Okay, wir haben hier Traffic Alert. Wir kommen dann mal an. Respondcode 2 wahrscheinlich. Aber gar nicht gesagt, okay. Fahren wir mal vorsichtig ein bisschen. Das ist gleich da hinten. Was macht denn der in diesen Privatstraßen hier? Hallo. Ja, das ist jetzt selber schuld hier, so. So. Was ist denn der? Pff. Geil. Der Typ ist da hinten irgendwo. Huch. Das war unbeabsichtigt. Vorsicht, bitte mal rechts, Ronny. Hallo. Okay, er ergibt sich schon von so. Das heißt, ich brauche nur einen Täter. Ey! Nehmen Sie die Hände hoch. Der hat uns gar kein einziges Mal getroffen. Die Waffe weg. Die Waffe weg. Einsammeln. Irgendjemand schießt da. Ey! Nehmen Sie die Hände hoch. Bleiben Sie hinter dem Auto. Hände hoch. Ah! Hä? Ich habe doch eigentlich gerade mein Gott mal ausgemacht, oder? Oder ist... Ne, der ist aus. Ey! Bleiben Sie stehen! Auf dem Boden. Wollen Sie erschossen werden. Ich komme hier eben um den Kollegen, ja? Bleiben Sie jetzt! Hände hoch! Hände hoch! Okay. Wir müssen uns eben um den Kollegen treffen, äh, kümmern. Komm her, du moron! Jetzt komm mal auf den Boden. Sofort. Du rennst hier nicht mehr weg, ja? So. Den haben wir. Wir haben hier so einen Tümmen hier. Und für die anderen, um den... Also für die beiden hier... Ah, ne, wir haben nur einen. Die getroffen. Wir brauchen unbedingt die Taschenlampe. Moment. Äh... Du bist immer so voll überfordert. Flashlight da vorne, da hinten. So, den Jungen hier, den haben wir am Bauch getroffen. Da ist wohl nichts mehr zu machen. Aber dem anderen, den habe ich nur das Rückenmark zerschossen. Der, vielleicht ist der noch... Zu retten, wenn wir den mal umdrehen. Theoretisch ist da noch was zu machen. Aber das muss dann, wie gesagt, der Gerichtsmediziner entscheiden, den wir jetzt mal rufen werden. So, wir parken mal eben die Karre ein bisschen um. Die haben sich hier zwar toll drum herum geparkt, die Autos, aber trotzdem müssen wir das Ding hier umparken. Danke, dass du meine Tür umfährst. Das stelle ich hier in Rechnung. Fahren wir eben hier an den Straßenrand. So, da ist der Gerichtsmediziner. Ich denke, wir müssen da nicht mehr viel machen. Ach, guck mal, hier sind eh schon hier die neuen Traffic Alert. Müssen wir es auch mal eingreifen. So, wir machen mal hier da so. Am Traffic Alert, das heißt da hinten. Ähm, der da vorne ist, ist es. Wir machen mal hier so und warten, bis der losfährt. Boah, die Ampeln werden auch nicht grün, ey. Das ist loszant, was ich sag's euch. Oh, der ist schon losgefahren. So, wir hängen uns hinten dran. So, und sie fahren jetzt bitte mal rechts ran hier. So, mit dem nicht, dem, dem nicht, müssen sie mir gar nicht... Ja, selber schuld bin ich, so krass einparken. So, aussteigen. Ertaschen. Aussteigen. Stehen bleiben. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Okay. Oh Gott. Wir holen mal... Oh fuck, wir brauchen unbedingt hier. So, wir holen ja so. So, ein und gehen dann so voll in Deckung. Oh fuck, da hinten wird geschossen. Wir gehen... Oh scheiße. Oh Gott, wir brauchen Verstärkung. Polizei braucht Verstärkung. Scheiße. Oh Gott, passen Sie bitte auf. Fahren Sie aus dem Weg. Wir brauchen, äh, Gerichtsmediziner ganz schnell hier, damit man die leicht wegbekommt. Scheiße, wir haben rumgeballert. Wer denn gegen wen überhaupt... Kämpft denn hier noch? Ich sehe, kein Männer kämpft. Ich glaube, die schießen ja dort zum Spaß, weil es Amis sind. Das ist jetzt so meine Theorie. Alter, hast du dieses scheiß Gerupe? Ja. Alter, wer hupt denn hier? Ah, ich kriege einen Anfall. Mach dir Scheiß, danke. Kackhupe, Alter. Ohne witzig, lasse ich jetzt abschleppen. So. Ja, Gerechtigkeit. Warte, das ist mir... Ah! Wollte ich noch mal nachgucken, ob da noch jemand steht. Und jetzt sofort wieder angefahren. Weißt du, das ist so richtig typisch. Okay, hier. Ah, der ist dann auch gestorben. Okay. Ja, passt eh. Okay, dann fahren wir mal weiter Streife. Ach so, Moment. Wir müssen hier noch einen Abschleppwagen für holen. Oder erst mal ja, genau. Erst mal zu suchen. Nothing of interest. Jetzt gucken wir mal noch eine Beifahrertür und dann reißt es, glaube ich, auch. Beim Kofferraum ist es nicht nachgucken. Ah! Wieso werde ich immer von irgendwas angefahren? So, dann rufen wir jetzt den Toad Truck. So, dann fahren wir mal weiter hier auf Streife. Wurden wir natürlich super eingeparkt. Aber wir können uns sowieso reparieren. So. Da haben wir schon einen Satz. A stolen motorbike with a patriotic paint job. Execute this son of a bitch. Arrgh. Okay. Das ist ein toller Einsatz von der Altstelle. Und wir sollen den exekutieren. Was heißt das für das Escaped? Ja, super. Einsatz abgebrochen. Toll. Patrol Theft. Nehmen wir an. Und kommen mit Code zu. Ich denke mal, so dringend ist das jetzt auch nicht. Wobei doch, eins schon, wenn der gerade klaut, dann ist es schon wichtig. Dann ist das natürlich schon... Boah, boah, schluck auf, Alter. Das wäre dazu schon ein bisschen wichtiger. Hallo. Schießen da schon wieder. Warten Sie, da wird geschossen. Okay, passt. Okay, mach ich. Hm. Nice. Cool gemacht. Den sollen wir jetzt suchen, oder was? So, Ypsons Talk. The view was a black steel colored. Ja. The license plate was... Blah, blah. Oh, so, vielleicht ist es wichtig. 83 LWK 77 6. Okay, werde ich mir hier nicht merken können. In which direction did they go? They mailed off in that direction, Officer. Na dann. The plate is... Blah, blah, blah. Please check on the details. 83 LWK 77 6. Das ist okay. Was willst du jetzt hier, du kackding? Felngt register to Sean Banks. Okay, dann suchen wir mal. Alter, mach doch hier nicht die Sachen kaputt. Ah! Egal, das ist nicht mein Bier. Wir fahren jetzt weiter. Aber wieso wird eigentlich jeder angeschossen, der hier, indem ich vorbeifahre? Ein Felngt. Bist du ein Felngt? Ich glaube nicht. Ein weißer war das, ne? Ein weißer Felngt GT. Wie immer ein bisschen Unterstützung, glaube ich. Ah, nicht Code 3. Code 2. Wir sollten auch mal in Code 2 fahren. Code 2. Diese Aussprache. Bist du mir noch hier? Ich schiebe mich schon auf den Parkplatz oder so. Ah, okay. Leinere Area. Da fahren wir ganz schnell hin. Oh Gott. Da wird geschossen. Oh mein Gott. Das wird geschossen. Ah! Boah. Der ist ja wohl tot, oder? Wo ist denn der Felngt GT? Da, oder? Hallo. Sie sind verdächtigt. Eines. Aus dem Auto raus. Hände nach oben. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Hey, wieso wird sie wieder geschossen? Ach, keine Ahnung. Dann gehen sie auf dem Boden. Die Kollegen da, die sind ein bisschen behindert. Oh. So, und hier für ein Toe. Weil erst mal durchsuchen wir sie. Oder ihr Auto. Wir fahren nothing of interest. Kofferraum vielleicht ein bisschen Benzin. Oh. We've got a 390. Äh. Forgot. 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 Keine Ahnung. ID-Cards. Okay. Alter, kann ja mein normal... Ja. Da ist die Beifahrertür. Genau. For nothing of interest. Okay. Dann, äh. Home and Toe Truck. Einen Toe Truck. Mit zwei Bergen. Oder so. Keine Ahnung. Und ich würde sagen, wir sind damit durch mit unserer Schicht. Äh, in ein paar Tagen gibt es weiter. Da werden wir nämlich wieder hier, äh, wieso schießen? Egal. Wir fahren jetzt hier hoch. So, achso. Vielleicht sollen wir noch das normale Licht anmachen. Nicht das Fernlicht, beziehungsweise Suchlicht. So, ich parke jetzt hier. Dahin wird geschossen. Aber das ist uns egal. Wir verabschieden. Ich verabschiede mich für heute. Von euch, von mir. Was? Egal. Bis zur nächsten Folge. Hau da rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.